Das ist dein Teller, die Tasse, das ist deine Tasse. Das Glas Das ist dein Glas. das Besteck Das ist dein Besteck. das Messer Mit dem Messer kann man schneiden. die Gabel Mit der Gabel kann man essen. der Löffel Könnte ich bitte einen Löffel haben? Danke! die Pfanne Ich brauche die Pfanne zum Braten. der Pfannenheber Ich benutze einen Pfannenheber. der Topf Das ist ein großer Topf. der Deckel Der Deckel passt auf den Topf. die Nudeln Ich koche Nudeln im Topf. das Sieb Das Sieb Ich gieße die Nudeln mit dem Sieb ab. die Schüssel Ich serviere die Nudeln in der Schüssel. die Kaffeekanne die Kaffeekanne ist Tee. ist Tee. Die Kaffeekanne